Ich wünsche euch heute die Römer von den Lieder. Ich hoffe, dass ihr das auch immer seid. Sieg uns wieder anbieten. Sieg uns wieder anbieten. Und auch nach meiner Gäste erst mal. Vielen Dank für alle. Es hat einen langen Angriff und für die Römer von der Römer. Vielen Dank, Jürgen. Wir waren bei der Spanien-Schnalle. Und die Ausgangs-Mann-Fanien. Wir machen die Stimmung hier bei Europa und ich habe das gerne gebraucht in Europa, ganz schön. Ich habe zufrieden, dass der eine oder andere Pass noch eingeblendet ist. Ich hoffe, dass ihr nächstes Mal hier noch einen Freund mitbringt, und dann wird das Punkt zur Saison von gerichtlichen Rollstuhl und gerichtlichen Rollstuhl. Applaus Wir machen gleich natürlich auch ein Verein gegen Europa, als Abgeordneter von der Zeitung, was wir tun hier. Wenn ich es nicht gut genommen habe, weil wir vorhin beide Jungen haben einen freien Platz auf den Trefferzeiten. Mit der Halt schlägt gerne alle, die ich ohne Schuld finde. Aber das ist ganz voll geworden, wir setzen die Zeit für die Euro-Armee in Steinbach. Da können Sie sich angelegts mal orientieren, denn jetzt heißt es, kann nur uns so gut sein wie die Euro. Höchst! Wir, Herren von der Tags, haben uns entgegen, ganz am Ende der Team. Herzlichen Glückwunsch an die Hans-Haus-Ausböse, die uns genutzt zum zweiten Platz. dass er zum nächsten Mal dolphin ist. Ich hoffe, dass der Tag von der Tags-Haus-Ausböse eingeführt werden. Ich hoffe, dass der Tag ein Spiel rollt. Ich hoffe, dass der Tag von der Tags-Haus-Ausböse an der Tags-Haus-Ausböse ist. Die Tags-Hausböse, die wir mit der Tags-Haus-Ausböse haben, denn das war ganz super. Das war's für heute. Vielen Dank. Danke. 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 Oh, thanks. Danke. 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 Das war mein Richtig Dankeschön und mein Richtig Kompliment an alle Tipps, die uns bezüglich haben. Wir haben ein Richtiges-Rotter-Helbe, Wasserfall, das eine sehr hohe Linie hochgesinnt. Und wir werden uns zur besten Welt im Wasserfall. Und noch mal ein Richtiges-Rotter-Helbe, das war ein Richtiges-Rotter-Helbe, das war ein Richtiges-Rotter-Helbe. Dann, mein Dankeschön, meine sehr geehrten Zutaten. Ihr habt noch nichts Wort, wenn ihr das sehr interessiert ist, das ist ein Richtiges. Aber noch mal ein großes Dankeschön für eure Unterstützung. Und dann wollte ich euch nochmal bei der Mannschaft bedanken. Wir haben zur Zeit die Pest. Wir haben heute vierte-letzte Musik aus dem, plus gespielt, seit drei Jahren aus dem. Und trotzdem haben wir auch sehr gewissen und das nächste Geschenk heute, und euer Richtiges-Rotter-Helbe. Und jetzt kommt das. Herzlichen Dank, dass die jemand wegst her. Herzlichen Dank. Happy Thursday to you! Ja, hier kommt der. Kein Wunder, man. Die sind ja einfach mit dem Projekt, ich gehe mal einen. Die will am Premier-Gebieter voll vorbei kommen. Drehen wir auf dem Handshake. Hier kommt ein Wunder von der Frau von der Kälte. Und die wir uns kommen auf einmal auf der Kälte vorbei. Wir lassen sich die Wunder zu sehen. Wir dürfen das nicht mehr. Entschuldigung, wir müssen die Kälte nicht mehr und die Kälte nicht mehr. Kannst du nicht mehr? Das ist nicht so warm. Ja, wir haben kurz noch einen Abend, der wichtigste Ausgabe drüben. Und wir haben einen gewonnen fest. Das ist ein bisschen. Wo ist die Idee? Also ist das für mich für die Zitwelle, und welche Games? Das ist wirklich ein paar Minuten. Wir haben einen wirklichen Tag in den Mitteln. Wir haben einen sehr, wir haben einen sehr, aus dem Mann. Es ist alles so ziemlich高. Wie lange wird die Mitarbeiter sein? Wie lange wird die Mitarbeiter sein? Wie lange wird die Mitarbeiter sein? Auf geht's. Auf geht's. Lass uns über dich. Ich schenke mich jetzt auf die Einzeigen.